Und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Minecraft Megacraft. Heute mit dem Velozocker LP. Hallo. Und ich hab gedacht, du willst bei mir wohnen. Wie. Äh. Ja, komm mal in mein Haus. Und bei mir ist gerade die Ansicht kacke geworden, weil F9 noch ein anderer Knopf ist. Juhu. Ja, musst du umstellen, dann in Einstellung. Ja, ich wundere mich. Ich hab hier das Ganze einmal untergraben lassen, soweit. Ja, weil ich einfach nicht das in der Folge machen wollte, weil es Arschlangen gedauert hat. Und das habe ich einfach in einem kleinen, ich glaub, 30 Minuten Stream gemacht. Weil ich währenddessen gerendert habe, hat das ein bisschen länger gedauert. Und das Glas ist ja auch schon drin. Ich kann dir gleich schon mal soweit die Sachen geben, die du brauchst. Oh Mann, ey, jetzt. Alter. Jo, bei ihm. Ich hausse diese Kacke. Jetzt mal ohne Witz. So, mal im Gucken. Hast du die Musik denn? Also, ich hab die ganz normale Musik. Nein, ob du meine hörst. Achso, nö. Ich mach dir dann schon mal eine Schaufel, dann kannst du mir nämlich schon mal helfen. Alter. Ist das okay? Ja, aber ey, warum schockt das bei mir so? Ich hab keine Ahnung. Ja, aber mir sind da so rote Striche. Achso, da musst du noch mal F9 drücken, glaub ich, was? Ja, aber dann endet meine Aufnahme. Äh, ja, dann ist das schlimm, denn das sind die Chancen. Ich weiß gerade auch nicht. Oder was, du drückst mal E, dann Options, dann Controls, und dann steht da F9. Oh, weil, liegt den einfach woanders um. So, ich mach F1. F1 ist aber auch was anderes. Ja. Nein. Doch, bei mir schon. Nein, nicht. Achso. Ah ja, dann kommen noch die... Hä, nein. Bei mir ist nix anders. Naja. Äh, hier, ich geb dir mal ne Schaufel. Das was du machen darfst jetzt erstmal, so als allererstes. Ähm, ich mach's gleich anders Equip. Tu mal von hier. Guck mal, hier das bis nach, da ganz hinten einmal weggrasen, das Oberlake. Achso, das da oben hier. So, dass das ein kompletter Kasten ist. Und am besten das da hinten auch nochmal machen, weil das die Turtle nicht mehr gemacht hat. Und ich kann hier schon mal, weil ich mir gerade Glasfaserkabel gemacht hab. Ähm. Also von meiner Seite auch. Hallo. Genau. Ähm, okay, unser Maze-Rater hat Strom. Ähm, nur nochmal zur Info. Ich mach mir nur den Maze-Rater, äh, weil ich bin zwar Typ Magie, aber weil ich den gleich brauch für die ganzen Erze. Und, ähm, das muss ich auch nochmal zeigen, ich hab richtig, ich hab über 1000 Erde jetzt bekommen. Hier, 1581. Achso, und was ich vielleicht auch dazu sagen sollte, das hier ist das Megaprojekt. Äh, Megatrap. Genau, das ist wie Megaprojekt, nur mit ein paar anderen Sachen noch. Also, andere Mods. Free Capilator ist drauf, äh, Applied Angistics. Also, wir spielen eigentlich das gleiche noch Pack. Ähm, also 4TBs Live. Und, was war das? Velozocker? Ja. Achso. Wenn man Skab hat gerade irgendwelche Geräusche gemacht. Ich hab gedacht, das hätte sich jetzt irgendwie geschlossen, deswegen. So. Na ja, du machst das mal eben und könntest du das vielleicht auch einen runterziehen? Weil, den Rest kann die Turtle dann wieder machen. Und da hab ich dann auch das Schockskarte bekommen. Und noch eine, juhu. Ja, weiß nicht, dass man sagt, ich hab mich einfach auf Offline gestellt. Ja, das ist vielleicht gar nicht so schlecht, aber egal. So, und, weiß nicht, ich wollte die Turtle eigentlich bis hinten machen lassen. Nur, guck mal, ich kann gleich mal zeigen, so, ich kann das auch nicht so gut machen. Und, was ich halt auch noch mal zu diesem Modpack sagen wollte, ich kenne mich schon überhaupt nicht aus, als ich hab's auch noch nie im Single-Player ausprobiert. Ja, ich hab halt nur so Megaprojekt am Schluss geguckt, weil ich da halt noch... Ich hab Spark eigentlich auch noch nicht auf die Teller, die anwarten... Das war 2013, also vor zwei Jahren, circa. Es war schon 8, das... Also, ich hab die Bieter komplett... Also, ich hab die Bieter komplett... Also, ich hab nachts bis 12 Uhr nachts, glaub ich, so war anders. um habe ich noch die Bieter dann geguckt im Megaprojekt einfach weil ich das habe ich nicht so interessant du meinst Team New York äh soll ich hier mal die Erde zu werfen wenn die Katze in meinem System hinten einmal reinlegen einfach das ist ja das unendlich die Kisten müssen ich muss gleich mal gucken wie vor meine Disketten sind aber dürften nicht voll sein weil ich ja mit 64 Karte weil ich das aber ja bezahlt was kann ich noch machen ja noch mal hier vorne den ganzen Bunker einen tiefer auch noch und guck mal hier gehen die ganzen Kabel lang und ähm du benutzt ja bei mir Strom mit die Strompreise hast du schon gesehen oder da kannst du am besten mit mir halt zusammen bezahlen wir sind ja eh sozusagen ein Haushalt also hier vorne würde ich eigentlich die Törtlers machen lassen aber das mache ich jetzt aus dem Grund erstens nicht weil du halt dabei bist und mit mir helfen kannst ein bisschen für deine Folge und zweitens weil äh hier ein paar Kabel lang laufen und da hat man die Zeit gesehen wann wir das ganze aufnehmen ach und hier vorne aufpassen ist äh Feuer ja das habe ich schon gesehen das ist relativ gefährlich ja warum das wird gleich eh noch nicht hier wird gleich das eh umgestellt noch mal das kommt gleich in meinen Keller weil im Keller soll nämlich Marble Boden nennen also du oh ich hab ich hab Wasser gefunden so ich kann ja mal eben hier schon netherrack abbauen guck mal so ein kleines Wasserloch ja stimmt das war das von ähm da wo Skycow meinte dass das seins ist ja jetzt sieht man dass es doch meins ist und wir haben noch circa äh neun Minuten ja also bei mir also wir wollten eigentlich so 20 Minuten aufnehmen weil es bei mir geht auch dann kann ich noch mal halt von unten dranhängen weil ich mach das immer bei meinem Festplatz so Arsch voll sind einfach nur höh soll ich das hier auch abbauen also einfach alles unter Kenne oder alles ist auch also alles so bis auf die eine Höhe wie sie bis hier haben ähm also so 3 hoch also das musst du im Dreierbereich dann wegschlagen nur so und ich kann ich guck dann gleich mal meine Festplatten nach wie voll sie sind weil ich sagte wenn meine ersten Festplatten voll sind dann richts mich auf gleich so soll man ihm nachgucken gehen wie voll die ist mhm ii waypoints servo am teleport 2 stimmt äh hast du meine waypoints auch mhm ii 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 Wegpunkte ne ich hab nur ein ok das ist statt er ist gut und selbst die ganze Weltpons von mir noch zu meinem Gumpen was ach so was die beiden sich am Anfang an Jo also ich habe meine Sprache auf Deutsch gestellt du meine ersten Mann 64 Karten diskette ist schon mehr als halbvoll das heftig oder ist das heftig also wir sollten uns darum kümmern dass wir gleich neu also demnächst mal neue Festplatten ich habe zwar noch vorerst den Speicher aber halt nur vorher so ich tue mal eben ähm ich mache mal zwei neue Schaufeln so also meine hat ist noch relativ gut so haben wir oben den Boden denn aus Oakwood machen ich würde sagen oder ja ich ich glaube schöner so so und dann würde ich sagen unten halt komplett aus zusammen mal besuchen gehen aber ich weiß ja wo Mabel ist ich mache aber noch mal eben für den Anfang weil du ja noch kein Bett hast weil ich mal eben noch Tag so und wenn ich auch in welcher Schere geben warum ich hab noch genug Wolle ach so ich hab gedacht er hat es keine Mann doch so ich hab mir als genug ähm dann würde ich sagen wenn wir das nicht tiefer gemacht haben ähm Teleport ziehe ich mich da mal einmal hin so machen Potsdam verbraten damit du durchgehen kannst oder ja ja das war schon weil dann kann man sich auch so von Wegpunkt zu Wegpunkt teleportieren geht nur wenn man op-t ja tschuldigung das war ich auch nur das macht ich zum Beispiel Zipin zum Server um und so das glaubst du wie gern ich das machen wird dass das jeder kann nur ich kann halt man nicht jedem OP geben ja sonst macht irgendjemand eben scheiße und ähm und ähm und der jener und heißt nicht Fedozucker ne gut ähm auf dem Fall soll ich dir gleich mal die Festplatten zeigen ähm ich könnte eine neue Schaufel gebrauchen da da ich hab ja extra zwei neue Schaufel gekauft ja und du bekommst gleich auch noch ein bisschen gekauft ich weiß nicht wieviel es auch hier ich noch hab aber ich glaub ich hab noch sonst habe ich noch grüne Saphirer wir haben ja gerade ein bisschen aufgebraucht die Glasfaserkabel oh alter du hast schon die hast gefunden übertreib im live stream er stimmt ich glaub ich hatte 15 Stück boah alter beziehungsweise sogar noch mehr weil ich noch die Turtle macht hab oh ich hasse ist einfach nur Sachen zu fahren das so Achtung ich hab mal eben Magnetismus angemacht damit hier nichts festgehen bleibt heißt nicht wundern wenn ich hier jetzt so guck mal werf mal was hin also irgendwie Erde guck mal warte hast du gesehen das ist Magnetismus so und hier hinten das auch noch einmal diese Seite machen okay gut ich kann ja schon mal dann das ähm Alter wieviel Appetite wir haben einfach und jetzt schieb mal ähm das ganze bitte hier ins ME System so ich lass mal eben alles unwichtige hier also Erde haben wir auf jeden Fall genug und hier ist auch noch mal Mabel ja aber wieviel wir brauchen ähm wir müssen ja das ganze viel tiefer machen ich glaub ich brauchst Deckweise also hier ist nochmal ähm ja aber das ist nicht genug das weiß ich schon ne ich schon mal ähm Stein den Schnitt abbauen kann und so mach ich gleich so ähm soll ich jetzt mal eben eine Spitzhacke machen ja das wäre nett so dann bräuchtest du vielleicht noch ne ne Axt und noch ein Schwert ja das wär sehr nice ein Schwert gut mal gucken ähm wie sieht das Green Zofiers haben genug so ja ich glaub wir haben Rubine habe ich auch noch genug also kriegst du sofort so wir haben genug so ähm und mann Q gucken drücken geht hier noch nicht ja das hab ich gerade eben auch gemerkt das war doof achso ich nehm mir mal ein bisschen Erde raus ok weil äh ja ich wollte schon mal eben hier das erste Portal machen guck mal merkt du mal blau kannst du auch drin lassen lass erstmal drin ich kann das gleich ehdings ähm wir können gleich von unten wo ich jetzt eben hingehe auch noch holen so so äh geh mal durch das eine Portal bitte guck mal das ist der Serverraum äh unsere Festplatten sind wieder grün geworden leicht die waren grad noch orange aber die sind schon recht voll und guck mal von hier kann man auf die ME Systeme zugreifen von allen also das hier ist meins das hier ist das Stadt ME also dieses große äh Sky Cow und hier die hinten sind noch nicht benutzt und das soll ich auch noch nicht benutzt das ganz vorne doch das Stadt ME System ist das große für alle hier und seit ähm warte da ich mal guck mal in den MFSU ähm guck mal wie schnell der der hier guck mal wie schnell der leer geht nur falsch er das ist schnell und das geht für alle ME Systeme so schnell oha weißt du so ich hab hier das komplette Dach von diesem Haus mit HV äh also High Voltage Solar Aries voll das ist ja richtig das war total gekommen jo war auch richtig äh geh nochmal durch du kommst hier oben hin sonst also ach man warte guck mal ich das ist für die ganz faulen oh du faules Sau ey ja ich weiß so guck mal das ganze Dach hier oben ist voll mit HV Solar Aries hier kannst du wenn du ein Jetpack hast dich aufladen hier kannst du aufladen hier ist Stadtterminal ich guck mal wie wie teuer ein Jetpack ist teuer äh kommst du eben mit warte oh ja oh ja das warte also keine Sorge also gut äh machen so ähm bleibt man hier bitte eben bei dem Portal ein so ich mache ich nochmal einst mal so kurz alle erb genau Prozent du kannst durchgehen glaube ich oder nee also es kann auch sein dass ihr manchmal meine Tastatur hört weil doch kannst du so wo er nein bei mir ist es noch überall kein Problem ob auch aus wo ein herz wo bist du hier siehst du mich hier springen ich sehe dich nicht aber wir haben ihn auch äh circa eine Minute dann machen wir noch eine Aufnahme oder ja klar gut nochmal eben relockt ach da bist du hi hier guck mal hier ist das komplette Marble ist dieses weiße Zeug ja einmal bitte abbauen und ich tue mal eben hier das Portal leicht umsetzen damit wir nicht ja das will mich verrecken jo und falls du voll bist kannst du mir das geben ich habe Rucksäcke ja klar ich weiß nicht ob du die von Spark of Fenix kennst da kann man ähm ja zum Beispiel Bergarbeiter Rucksack genau also ich habe in der Folge von also irgendeine Folge die diese Woche noch kommt oder vielleicht nächste Woche auch erst ähm da habe ich ähm wirklich einen kompletten Rucksack voll gehabt sonst also ich glaube sogar zwei älter über drei also mit Erzen meine ich jetzt ich war da glaube ich zwei Stunden Farm nur alter so unsere Folge ist um ja so darf ich sagen ähm darf ich meinen Magnetismus an hast du das gerade gesehen ja so ja würde ich sagen sehen wir uns in der nächsten Folge bis zum nächsten Morgen Ciao Ciao